Junge Frau, ich habe Sie gerade schon gesehen, wie Sie hierher gelaufen sind. Sie wollen die Frau Merkel sehen, oder? Ja, natürlich. Ich bin CDU-Anhänger. Muss ich die doch sehen. Haben Sie die noch nie live gesehen? Nein. Hier in Maria Laag tagt der Landesparteiausschuss der CDU Rheinland-Pfalz. Frau Merkel wird hier erwartet und das hat sich anscheinend rumgesprochen, denn einige warten schon ganz gespannt auf die Bundeskanzlerin. Sie stehen hier unter einem Überdach. Es regnet ein bisschen. Und was machen Sie hier? Naja, ich bin von Andernach hier raufgekommen, weil ich erstens sehr gerne nach Maria Laag komme und zweitens erfahren habe, dass hier die Frau Merkel ist. Und das hat mich bewogen, noch schneller hierher zu kommen. Warum wollten Sie hierher kommen? Ich wollte mir eine Karte für das Barock-Konzert holen. Also, ach, bring sie mal rum. Jetzt kommt sie? Jetzt kommt sie? Oh Gott, jetzt kommt sie. Die ist schon drin. Die ist schon drin? Soll ich halten? Haben Sie sie gesehen? Ja, ich habe sie kommen sehen. Ganz kurz nur, ne? Ja, nur ganz flüchtig. Das ging aber jetzt schnell, ne? Ich habe mich auch nur umgedreht und dann... So, und jetzt stehen da alle davor und wollen auch rein. So, ich bin jetzt drin und jetzt gucke ich mal, ob ich die nochmal zu Gesicht kriege. Gerade war ich ja ein bisschen zu spät. Der Menge nach. Uh, hier ist es voll. Ja, da werden Kekse hingegessen. Wunderschön. Sie haben den Fotoapparat umhängen. Wollen Sie die Frau Merkel fotografieren oder warum sind Sie hier? Nicht bestimmt. Ich bin hier zu Besuch und es war ganz zufällig, dass die Frau Merkel hier vorbeikam. Haben Sie dann ein Foto gemacht? Nein, nein, nein. Ich war zu spät. Das ging auch ziemlich schnell, dass die vorbeikam. Ja, sie raste vorbei, aber meine Tochter, die hat schon ein Foto gemacht. Ja? Okay. Und warten Sie jetzt, bis die Frau Merkel nochmal rauskommt? Ja, meine Familie ist drinnen, aber ja, dann warte ich mal. Und vielleicht kann ich nochmal ein Foto machen. Ganz nicht Zufall. Wir wollten ins Kloster und dann sagte man uns, wir sahen Polizisten, Polizisten sahen wir. Und dann sagte ich, was ist denn da los? Die Frau Merkel, ja dann bleiben wir hier. Das war doch klar. Und Sie haben die auch gesehen? Ja, natürlich. Ich habe auch schöne Fotos von ihr gemacht. Hier, Sie wollen nicht mit der Frau Merkel verwechselt werden. Die Ähnlichkeit ist auch wirklich verblüffend. Ich danke Ihnen für das Komplizieren. Haben Sie Frau Merkel denn gesehen? Ja, freilich. Eine sehr sympathische Frau. Und die sieht in der Natur viel schöner aus, wie immer im Fernsehen gezeigt wird. So. Dabei ist sie wirklich hübsch, kann ich nicht anders sagen. Wo haben Sie die denn gesehen? Sie kommen ja gerade aus der Basilika. Nee, die ist doch wie sie hier unten ist. Sie ist mit dem Auto angekommen. Und da ist sie ausgestiegen. Da haben wir gesagt, hallo Frau Merkel. Und da haben wir Bilder gemacht. Also ich nett, aber die Kollegin. Und die war sehr freundlich. Sie hat gewungen und hat gesagt, hallo. Das Faszinierende ist schon, weil sie halt als Bundeskanzlerin zwangsläufig sehr präsent ist in den Medien, halt auch in der Politik. Ich habe sie zwar, ich sehe sie nicht das erste Mal, aber wie gesagt, wir haben die Gelegenheit halt doch heute mal dann genutzt. Frau Merkel gibt jetzt gerade ihr Statement hier drinnen ab und draußen warten ganz viele Menschen, um sie einmal live zu sehen. Und ich gehe jetzt mal zu denen. Auf wen wartest du? Auf Angela Merkel. Also ich möchte mir ein Autogramm geben lassen. Ja? Bist du Fan von der? Also nicht so ganz doll. Aber so ein Autogramm kann man gut gebrauchen, ne? Ja. Okay. So, hier stehen ganz, ganz viele Menschen. Die warten alle nur auf unsere Ahlen. Tschüss! Und? Gespannt? Gespannt, ja. Ja. Haben Sie sie schon mal live gesehen? Ja, zweimal. Und Sie können einfach nicht genug von ihr kriegen? Ja, es war wieder sehr interessant, sie zu sehen. Okay, dankeschön. Lauter Menschen, die alle Frau Angela Merkel sehen wollen. Alles Groupies, sozusagen. Auch hier Anzugträger. Polizei natürlich. Und durch diese Pforte wird sie kommen. Wie hättest du denn? Für Johannes. Jetzt mach doch schnell das Foto. Mensch, Johannes, super. Komm mal, geh mal her. Komm mal mit dazu, schnell. Komm mal schnell dazu. Schnell freimachen. Wussten Sie, dass Sie Groupies haben, Frau Merkel? Wussten Sie, dass Sie solche jungen Fans haben? Ja. Manchmal, das ist mir bekannt. Sehr schön. Kommt immer wieder vor. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Tschüss. 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 Schönen Tag. Tschüss. So, liebe Julia. Dann würden Sie hier jetzt bieten. Und? Das war sensationell. Ja? Ja. Ich freue mich richtig. Das glaube ich dir. Was hat sie draufgeschrieben? Für Johannes. Für Johannes Winter. Für Johannes Winter. Angela Merkel. Oder nee, für Johannes. Für Johannes Angela Merkel. Super.